...bewusst sein, dass auch die großen Bayern zu knacken sind. Novotny. Stefanovic. In der Mitte läuft Tyskiewicz. Da ist er am Ball. Weiter auf Dammeier. Und drin ist er. Unglaublich, ob er war. Plötzlich stand es 2 zu 2. Und Deklef Dammeier hatte eine schwarze Serie ausgelöscht. Sein erstes Tor seit sieben Jahren und zwei Monaten. Zuletzt traf er im September 1990 für den HSV. Und jetzt ausgerechnet gegen Kahn. Klasse herausgespielt, das Bällchen lief. Aber die Bayern deckten auch nicht eng genug. Matthäus und Nierlinger kamen da jeweils zu spät. Die siebenfesteste Spielminute. Feuer für den Trafen. 3 zu 2 zu 2. Torstürz in den Wagen. Kahn war noch dran mit der Hand. Beinahe hätte er den Ball noch aufgehalten. Und keiner kann den Frust so rauslassen, wie der Schlussmann der Bayern. Vielleicht dachte er jetzt auch an Leverkusen. Weiterhin verdächtige Parallelen zu dem Spiel von vor ein paar Wochen.